Ahoi liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ja, nach dem Intro folgt das ABF Messeupdate und dazu bin ich jetzt raus und Marcel drin. ABF 2023, die Highlights und alles was man wissen muss, das werde ich euch jetzt einfach mal erzählen. Denn nach zwei Jahren findet die Messe ab in den Frühling in Hannover wieder statt. Das ist ja unsere Haus- und Hofmesse, kann man ja wirklich nicht anders sagen. Und auf dem großzügigen Messegelände in Hannover wird sie wieder stattfinden. Wir freuen uns tierisch drauf. 2020 waren wir wie viele, viele andere von euch vielleicht auch das letzte Mal auf der Messe. Und man merkt schon die Vorfreude bei Händlern, bei den Messeausstatt und Co. Wir freuen uns am 1. Februar geht's wieder los. Ja, aber welche Highlights erwarten euch eigentlich überhaupt auf dieser Messe, auf diese fünf Tage in Hannover? Drei Themenwelten werden die schönste Zeit im Jahr wieder für euch präsentieren, so weiter kann man das sagen. Und zwar Reisen und Urlaub, Automobilität und aktiv und fit. Da werdet ihr uns nicht finden, wir sind da irgendwie nicht so aktiv und fit. Markenvielfalt auf jeden Fall in der allerbesten Form. Von Knutkugel bis zum Schlachtschiff ist wirklich alles mit dabei. Dann neu, was ihr schon auf allen anderen Messen kannt, ist wirklich bei der AWF absolut neu. Ist nämlich, Vanlife steht im Fokus. Statt Wohnmobile vom Stand gibt es einfach jetzt Vanlife. Das heißt Ausbauten, da gehen wir näher gleich drauf ein. Es gibt einen Hula-Hoop-Day und zwar am 3. Februar. Das heißt, wenn ihr Hula-Hoop könnt, dann seid ihr da genau richtig. Rauf aufs Rad. Natürlich auch die Fahrräder kommen wieder zu ihrem großen Standing. Und zwar bei der Fahrrad und Auto. Und da findet ihr bestimmt euer Traumrad. Und unter dem Motto Harz erleben stellt sich das Mittelgebirge in der Themenwelt Reise und Urlaub dar. Und jetzt gehen wir einfach mal in Medias Race. Vom 1. Februar bis 5. Februar lädt die AWF endlich wieder alle reiselustigen und Sportbegeisterten auf das Messegelände in Hannover ein. Wir gehen jetzt tiefer in den Detail zu dem, was an Highlight Zone kommt. Wie gesagt, ob kleine Knutschkugel oder 12 Meter langes Schlachtschiff bei Caravaning und Camping, findet ihr euren ganz persönlichen Wunschcamper. Auf 30.000 Quadratmetern präsentieren rund 100 Hersteller und Händler die neuesten Modelle der Saison. Neu in dem Sinne von Caravansalon CMT, aber in Hannover kennt man sie vielleicht noch nicht. Und darüber hinaus begeistert die Messe mit einem großen Angebot an Technik und Zubehör. Das heißt, nehmt viel Geld mit und viel was zum Schieben. Am besten die ganze Familie, Kinder, damit die was zum Schleppen haben, weil es gibt viel Zubehör. In den Hallen 21, 22 und 24 findet ihr Caravans, Zubehör, Vermietung, Campingausrüstung, ein DDC-Campertreffen mit Beratung und, und, und. Vanlife steht im Fokus. Wir kennen das, wir sind Kastenwagenfahrer, wir sind Wohnmobilisten, aber wir, Stefan und Marcel, kommen ja aus dem Vanlife, weil wir hatten ja mal einen ausgebauten Bulli und das ist wirklich Thema bei dieser tollen Sache. Wohnmobile von der Stange, wie gesagt, das war gestern, jetzt heißt der Megatrend Vanlife, definitiv. Daher stehen im Vanlife-Camp, auch zum ersten Mal auf der Messe, individuell und liebevoll ausgebaute Kastenwagen und Vans im Mittelpunkt. Zugeschnitten ganz auf die persönlichen Bedürfnisse, so wie man das halt beim Selbstausbau einfach machen kann. Außerdem gibt es innovative Workshops mit den Busbastlern, Austausch bei einem Community-Treffen und auf der Bühne stehen unterschiedliche Vorträge auf dem Programm. Unter anderem mit dabei ist Steffi von Come With Us und natürlich viele andere. Das alles findet ihr in Halle 20, Vanlife im Fokus, glaube eine sehr tolle Sache, lohnt sich auf jeden Fall schon mal nach Hannover zu kommen. Am Freitag, dem 3. Februar, heißt es fester Stand, Bauchmuskeln, Rassenspann, das kann ich euch ja letztendlich mal vormachen und schon kann es natürlich losgehen. Hula Hoop, das Spiel mit dem Reifen, ist beliebter denn je und macht nicht nur fit, sondern auch Spaß. Deshalb dreht sich bei der Themenwelt aktiv und fit am 3. Februar auch alles um den neu entdeckten Trend. Mit einem bunten Mitmach- und Zuschauerprogramm, mit den bekannten Influencerinnen Elli Hopp, sowie Anna Groß und Rosi Piepitz. Das alles findet ihr am 3. Februar, Halle 23, Stand A02. Und dann können wir unsere Hüften kreisen und dann gehen wir einfach mal zum nächsten Thema. Für wen diese Hula Hoop Reifen nicht sind und lieber einen anderen Reifen, der aufgepumpt werden muss, da er was drin findet, der geht einfach auf die Fahrrad und Outdoor. Denn dort findet ihr garantiert euer neues Traumrad, ob Paddy Deck, Holländer, Mountainbike, City Flitzer, das Lasten- oder Laufrad. Die Auswahl ist wirklich einzigartig und die Beratung wird wirklich höchst professionell sein, das können wir euch versprechen. Euer Plus, es gibt eine ganz große Teststrecke und da könnt ihr alle Räder ausgiebig ausprobieren. Das haben wir tatsächlich 2020 auch live gesehen, haben das damals nicht gefilmt, aber wir haben es live gesehen. Also es geht wirklich und da ist wirklich eure Kaufentscheidung gleich gemacht. Also gegebenenfalls noch ein bisschen Geld mitnehmen und ein Bulli, wo ihr das Fahrrad reinmachen könnt. Ganz neu auf dem Freigelände ist eine Teststrecke für Lastenräder. Also die Alternative zu allen anderen Fahrzeugen. Und kleiner Tipp auf jeden Fall am Rande, am ABF Fahrradsonntag zahlen alle Leute, die mit einem Fahrrad kommen, nur 5 Euro Eintritt. Ganz, ganz wichtig, diese Tickets gibt es ausschließlich nur online. Da könnt ihr nicht vor Ort kommen, das müsst ihr online machen. Ja und das alles natürlich rauf aufs Rad, findet ihr in Halle 23. Den Harz erleben, was sollen wir euch sagen, wir beide sind Harzer, wenn ich immer von wir beide rede. Stefan hat eine sehr tragende Rolle gerade in diesem Video, deshalb kann ich für ihn mitsprechen in der Wir-Funktion. Der Harz ist ja was ganz Besonderes und ihr könnt ihn in Halle 19, den Harz einfach erleben, in der Themenwelt Reisen und Urlaub, so heißt es. Also unter dem Motto Harzer leben, stellt sich das beliebte Mittelgebirge in diesem Jahr den Besuchern in der Themenwelt Reise und Urlaub vor. Unter anderem präsentiert der Harzer Tourismusverband die schönsten Ziele. Es gibt ein Mountainbike-Parcours zum Ausprobieren, eine Harz-Foto-Ausstellung der German Roamers, das seht ihr auch gerade eingeblendet. Eine Modellbahn der Seeketalbahn sowie Harzer Spezialitäten. Also Stefan, falls du mich suchst, also ich gucke gerade mal zu Stefan, falls du mich suchst, ich bin bei dieser Modellbahn dann in Halle 19, falls er mich suchen sollte. Also falls ihr mich finden wollt, ihr seht mich dann da wahrscheinlich. Ja, und ein Highlight gibt es noch und das haben wir euch jetzt. Und wie immer, die ABF hat ein Mitmach- und Rahmenprogramm mit vielen Highlights. Spannend, innovative Vorträge zu internationalen und nationalen Zielen im ABF-Reiseforum. Unter anderem Steffi, wie gesagt, von Canvas Ass wird dabei sein. Denn Tarok-Dom oder auf der Vanlife-Bühne gibt es das. Das beliebte Urlaubs-Bingo mit Michael Thürnau ist mit dabei. Ausstellungen zur Geschichte des Lastenrades gibt es Workshops, Roomtouren im Vanlife-Bereich. Erlebnisse in der Themenwelt, aktiv und fit Fahrradparcours, Hochseil, Kinderhochseilgarten, Wasserlaufrollen und, 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 und drin. Also beim Rahmen- und Mitmachprogramm ist wirklich für jeden etwas dabei. Das heißt, vielleicht jetzt nochmal schnell die Gans essen und dann am Wochenende zur ABF kommen. Ein bisschen Sport und Fitness betreiben. Auf jeden Fall findet ihr viele Möglichkeiten dort. Jetzt die große Frage. Anreise und Parken, das müssen wir natürlich einfach klären. Das Messegelände ist sehr einfach mit der U-Bahn der Linie 8 und 8 sind in allen 18 Minuten oder ca. 18 Minuten Fahrzeit erreichbar. Eingang ist Nord 1 oder Nord 2, also wenn einfach mit dem Zug anreisen, Hauptbahnhof aussteigen und dann in die Linie 8 oder 18 einsteigen. Es gibt auch eine S-Bahn, die hält dann auch direkt am Messebahnhof. Also das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt natürlich unendlich viele Parkmöglichkeiten. Jetzt müsst ihr aufpassen, das kostet natürlich wie immer Geld. Ein Pkw kostet 6 Euro, Transporter 7 Euro. Solltet ihr mit dem Lkw anreisen, 14 Euro. Der Bus kostet 18 Euro. Wenn ihr mit dem Wohnmobil ankommt, aber nicht übernachtet, dann kostet das 7 Euro. Und sonst seht ihr gerade in der Kronsbergstraße, da gibt es einen Wohnwagenplatz, einen Wohnstellplatz. Und der kostet unter 6 Meter 21 Euro, ab 6 Meter 29 Euro und eine tägliche Strompauschale würde 6 Euro kosten. Also ihr habt viele Möglichkeiten. Ihr habt im Vordergrund gerade gesehen, wie ihr anreisen könnt, wo die jeweiligen Parkmöglichkeiten sind. Also wenn ihr mit dem Auto kommen wollt, dann ist das der beste Weg. Wie gut, dass man ab und zu mal durch seine Notizen durchgeht. Und damit kriegt das Wichtigste, die Preise glatt vergessen. Es gibt einen Ticketshop online und da spart ihr in der Regel 2 Euro zum normalen Tagespreis an der Kasse. Also ihr merkt, es gibt es tatsächlich vor Tageskassen, da könnt ihr genauso eure Tickets buchen. Aber es gibt auch die Ticketshop. Ein Tagesticket kostet 12 Euro, ermäßigt für Schüler, Studenten, oh Gott, was haben wir denn da? Senioren, Arbeitslose, Schwerbehinderte und so weiter und so fort. Das kostet 11 Euro. Es gibt ein Junior-Tagesticket, 13 bis 17 Jahre, in Begleitung eines Erwachsenen. Das kostet 7 Euro, aber nur von Montag bis Freitag, am Wochenende leider nicht. Da sind wir, am ADAC-Aktionsmittwoch, denn der kostet nur 9 Euro. Ihr müsst aber ADAC-Mitglied sein, ganz wichtig. Ein Nachmittagsticket, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 15 Uhr, also für 3 Stunden könnt ihr dann schauen. Das kostet 6 Euro, wir haben es gesagt, die Fahrradaktion am Sonntag, kommt er mit dem Fahrrad, bezahlt er nur 5 Euro. Wenn ihr mit dem Hund kommt, wir raten euch immer noch davon ab, das kostet 4 Euro, der Hund, also das ist ganz wichtig. Kinder bis 12 Jahre brauchen gar kein Ticket, solange sie in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Das ist ganz wichtig. Also Vorteile beim Online-Kauf, ihr spart bis zu 2 Euro im Vergleich zum Ticketkauf vor Ort und ihr spart natürlich Zeit und mehr Zeit, weil ihr einfach schneller durchs Drehkreuz kommt. Alles wichtige Informationen waren euch die ganze Zeit eingeblendet und ich denke mal, damit habt ihr die wichtigsten Informationen erhalten. Und schon ist er wieder am Ende dabei, die tragende Rolle. Er hat wirklich schwer tragen müssen, weil die Informationen sind halt sehr viel mächtig, diese ganzen Worte und Buchstaben. Auf jeden Fall, wir sind dabei, am 1. Februar werden wir das ADAC-Angebot einfach mal ausnutzen, denn dafür ist es ja da. Wir werden vor Ort sein, wir werden einen Messe-Rundgang dann drehen, das heißt, der wird dann auch am Mittwochabend noch rauskommen. Das heißt, für die, die alle später gucken wollen, da können wir nochmal sagen, wo ihr was genau findet. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall vielleicht euch dort zu sehen und ja, ich glaube, wir haben alles Wichtige jetzt erstmal gesagt, die wichtigsten Highlights, Preise, Parken etc. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao, tschüss. Oder wolltest du noch was sagen? Nö. Oder różnits zu sein? even..